meine lieben und herzlich willkommen bei meiner reise durch die apokalyptische zombie welt von seven days to die ich weiß gar nicht ob ich schon aufgeräumt hatte doch habe ich schon alles schon ausgeräumt vor 36 dann holen wir uns mal eben fix eine neue quest von der gen hier ja schade dass ich noch keine 44 haben wir noch keine zigarre wieso bin ich denn infiziert aber die ist rückgehend oder da ja ich habe nur 85 prozent medizin für 7,3 prozent durchfallmedizin hätte ich auch 10,6 prozent und sagen da war doch karten zombie so komm mal her hier wer bist du ich liebe das plögen des basis ach wie sehe ich das noch liebe hatte ich hier eigentlich noch irgendwann drin weiß ich gar nicht oh ja ist auch noch voll nix zum verkaufen oder doch komm hier vertickt den auch macht dass die gleiche reparieren geht noch weiter ich hab was für dich und ich will was neues oh ja oh ja den nehme ich doch glatt hast du noch aufgaben hier nenne ich die im süden nein ähm beseitige zombies oder abholen das ist ne dreier quest ne jup dann hier dann haben wir den da country town business ok das hört sich gut an das hört sich gut an da haben wir mal schnell mitarbeiter des monats werden hier so begeben sie sich zum sammelpunkt ist weg ließ ach ja irgendwo da vorne ist doch gut wenn es nicht weit weg ist habe ich da ja nichts gegen ist das hier das gebäude ne hier meister bei genau ja auch nicht das video center ist oder auch nicht doch das video center das ist auch mal tatsächlich ein neues gebäude ist der hier heilig auch noch ein paar andere sachen aber vorwiegend geschmiedetes eisen und stahl herrlich ja wo was und wünschen oder was die gehen schon voll ab wartet leute ich komme rein hat noch wartet doch ich komme ja schon hallo hier bin ich doch schon wo das ist hier kaputtial das sind drei laden nicht zehn doch erstmal kurz raus kaputt kein ende hier ist hier alter verwalter schlug doch gleich mal eine hier von ihm erlebt aber noch jetzt kommen die wieder von aus allen ecken da habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet dass das hier gleich so viele sind halt das spiel spinnt ja langsam er funktioniert sogar welche tanz mit dem den 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 kaffee und nun nehmen wir auch doch was denn und bist du da bist du wieso ist eigentlich schon wieder so dunkel hier alter verwalter was war denn das jetzt was war denn das bitte jetzt da habe ich so jetzt nicht mit gerechnet ist ja nichts drin was soll ich dann bringen die vorräte zurück ja ich verstecke ich doch nicht mal ein boni stehe ich doch so schlecht habe ich jetzt unnötiges glas ja kommen halt die goschen warum habt ihr alle so lange finger gekriegt man da war ich jetzt wieder nicht drauf gefasst hier gibt es nichts hallo das habe ich jetzt schon zum fünften mal gefunden immer noch mal ein scheiß rezept für eine schmiede verdammt ich kann nicht was hatten hier ist jetzt habe ich aber blöden glaschirm einstecken echt jetzt ja muss hier irgendwo sein aber ich sehe es auch noch nicht dann geht es bestimmt noch mal irgendwo hier rum hier soll das irgendwo sein hier ist aber keine tür wo es weiter geht aha bestimmt da oben ja das kann ich mir vorstellen und hier war ja der aufgang glaube ich hoffe ich also gucken wir mal weiter irgendwo muss es ja dann da hoch gehen oder ich muss mich da irgendwie hoch axeln hier geht es wahrscheinlich das war draußen hier ist auch noch mal weiter aha ja da sagt er auch nicht dass es oben liegt ne aber hier war ich doch gerade oder nicht ja hier war ich doch schon ich werde bekloppt irgendwie muss es dann da hoch gehen oder aufs dach das ist ein geiles gebäude hier ist verschlossen ich schon mal schlecht aber hier haben wir wieder so ein schalter so geht das hier cool gemacht ja gefällt mir das ist nix aber das haben sie gut hin gekriegt ja das bin ich schon mit diesen turmen das finde ich geil gemacht aha wo kommst du denn nun weg alter man geh mir doch nicht so aufs wegfällt hier man gibt es doch alle gar nicht die treffen echt besser mittlerweile ach die wollte ich doch noch verkaufen die scheiße warum habe ich da nicht gemacht ja jetzt habe ich den salat wo habe ich das mit mir aber ich meine ich bin ja froh wenn das so günstig ist wir mit dem reparieren jetzt mal kein red kit für verbrauchen finde ich gut davon haben wir ja schon ein paar ein eisen und vier stahl immerhin ja ja da können wir nichts mehr machen dann machen wir mal weiter aber nicht die große die hose kann ich aber eigentlich auch verlegen ich habe eine coolere so war viel gibt es hier aber nun auch nicht wirklich macht aber trotzdem schönes gebäude ist gut geworden ja näckige und kaffee dann geht es hier wo weiter immer nur einzeln eintreten bitte einer nach dem anderen hier wird jeder bedient auch krankenschwestern die sowieso und nun halte mal die klappen immer diese anspruchsvollen warum haust du mit dem ding nicht richtig mein gott ich kann mit dem ding nicht schlagen er kann damit nicht um verschlossen von wegen am arsch da mache ich gleich schon auf aber erst mal gucken wir hier mit dem rest um da habe ich das fahrrad immer noch voll und ich habe die kiste immer noch nicht und mein jahr nicht voll hier recht recht auch da haben wir schon wieder so mag cool bringt doch dann einen schluck mensch jetzt habe ich hier viel zu viel von dem ganzen driss ach komm und messing kann ich doch hier nicht liegen lassen meine das geht ja mal gar nicht hier geht es doch weiter und dann gehen wir da rein aber halt obwohl der hatte doch gerade durst da machen wir doch mal richtig voll hier na hallo wollen wir haben aber gesagt dazu futtern hier eine scham die kriegen wir noch zum genüge wenn es noch so ist wie früher ja 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 der damen ist auch sauber gehalten hier ja und wieder papier jawoll wer hat sich denn einfallen lassen mit dem papier auf dem klo ehrlich verstehe ich noch nicht die scheiße soll hier er schreibtisch war nicht lootbar der aktenschrank auch nicht da noch ein leeres glas das ist doch größer als ich gedacht habe hier ne missing, wanted, dead or alive james johnson james johnson kumquat john smith matthew hong hier dita halafon e ian james john smith james john smith james ok ok so da kommen auch immer nur einer immer nur einzeln jeder wird bedient das war gerade irgendwann runtergefallen oder habe ich gedacht da ist ganz wichtig bestes abgeschlossen wir gucken wir müssen ja noch das gute looter rausziehen er legt das doch mal die wuppt 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 warum ist denn hier alles dicht wie sieht denn aus hier nicht aber diese wasserflaschen die sind zu cool hier ist das so ja die wasserflaschen sind zu gut um die hier zu lassen ach du scheiße pulle er hat aber auch ekelhaft messen überhaupt mitnehmen die dinger schon ich habe keinen mess geben überhaupt noch messen da wird mir gerade mal aufgeben hier ist man so und ich habe immer noch kein niedrig wie stark ach kommen wir mal zusammen schätze das schaffen war oder ja ach guck mal die quest ging noch oder im video center hier habe ich nicht viel von video gesehen aber hier ist mehr als video center auch hier neues buch wenn eins mit dem schatten und schleiche nachts fünf prozent besser ich hätte lieber das na komm mir dann weg da drin ich hätte lieber das gute buch mit nachts keine links mehr ja keine schwierigkeiten mehr mit dem gewicht so aber nun geht das hier auch nicht mehr weiter ne nö hä hä metallschlüssel was hä hä ach ach wie geil ist das denn bitte cool das finde ich ja auch geil gemacht ja genial was bringen die denn oh die sind gut wert ne so zerlegt kriegen wir den platz dahin eisenstiefel na ja wie komme ich jetzt da rein da haben wir uns jetzt nicht durch aber da gibt es da auch noch irgendwie einen raum haben sie die waffen dahinter fahrt geil ja dann bin ich immer so voll oh ja jeden ganz dringend wie können wir aus erlegen dass da oben jetzt was eigenes oder jahre dazu das ist leer sind das denn hier bogen amos teile um die geben aber geld was gibt denn kein geld hier kommt halt so den hat man erst mal irgendwie zum fahrrad kommen wo stehen das da ist sogar noch eine tür look macht er이트 ich bin hier ebenso raus dann hat er mir um ein kleber wie so er war nicht mein kleber wie komme ich jetzt hier raus verdammt wie viel hat der stein hauern wir uns mal schnell hier durch was soll der geist müsste mal zu meinem bike ausladen wenn ich da noch mal ausladen kann so drinnen bleiben wir ja nicht mehr das ist ja fertig aber ich will diesen einen raum neuen bluten ja diesen endblut den will ich ja jetzt aber haben wir kommen da gleich schon irgendwie wieder hoch nicht weg waren hoffentlich kann überhaupt irgendwas hier achten das nicht drei plätze frei ich glaube nicht ich glaube das doch alles nicht ihr den zerlegt doch macht dann hast du da wieder einen platz frei für den quatsch so dann haben wir hier oben noch was raus könnte so eine fackel wollte ich ja behalten munition tue ich sowieso nicht weg den will ich verkaufen er kommt jeder plastik neuem weg scheiß drauf braucht kein mensch und wieder sind so jetzt muss ich aber gucken und wo war der raum erreichbar hier ist ja auch so ein schlüsselbrett hat gemacht echt jetzt noch ist sowas auch irgendwie nicht mehr auf hat man jetzt ja alle achten muss man doch noch mal hier gibt es sowas nicht ja dann schießt doch dann schießt doch junge wieso das denn was das denn für ein scheiß hier halt die klappe jetzt hier gehen wir nicht auf den sack geht mir alle nicht auf den sack alter da war doch jetzt nicht mit zu rechnen oder meine fresse ja ich muss eben schmerztablette nehmen alter verwalter hier immer eh die mit mir kann man es ja machen ne was war das denn schon wieder man und sind die ein hier so kann noch keiner mit rechnen ist hier jetzt kaputt richtig dafür also leder leder da ist da war nichts mehr hinter mir zu wo da war ich nicht drauf gefasst echt er hat schon so eine ne man packt das doch bei der axt mit ein hier kann er da immer gebrauchen ich die axt auch ein bisschen mehr links schaden hier nehme ich direkt oder der order die können jetzt mal weg ja ok ja dann hole ich euch gleich dabei wenn wir das gerät durch haben bis gleich so jetzt haben wir gleich schauen wir mal rein hier oh ja da kann ich erstmal voll machen na die ist jetzt nicht so wild zerlegt mal so die muni ja die können wir im fall nehmen so die verbände wie wichtig sind die eigentlich sehr ne eigentlich schon mehr als wichtig also auf jeden fall wichtiger als ein glas und die kohle ist wichtiger als knochen definitiv so da haben wir noch irgendwas gutes drin papier natürlich was gutes papier 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 macht immer noch total viel sinn hier ehrlich so wir holen unser bike und ab nach hause geht's lecken wir erst mal unsere wunden hier brauchen ganz schnellen honig er ist ja auch wieder da und lassen wir auseinander nehmen wir noch mal da hast du so zumindest haben wir starne und noch ein bisschen eisen war dabei kunststoff kunststoff und elektrische teile elektrische teile elektrische teile ach das alle hier liegen lassen ach hier wollte ich noch mal gucken jessica büller ja ich rufe mal 911 die helfen bestimmt so jetzt erst mal nach hause hast du kannst mir jetzt aber machen ich brauche erstmal honig bevor hier irgendetwas geht brauche ich auch nicht so bis nach hause können wir einmal mit vollgas durchfahren haben wir mal gucken was wir zu essen kriegen ja dann würde ich sagen gucken wir mal was wir so tun können in der nächsten runde wenn du bestimmt noch irgendein gutes gebäude hier oder so ja so du kommst du jung ja erst mal alles raus raus mit dem was du nicht brauchst ähm medizin quatsch das ist bei lebensmittel der honig ne da du bist auch wenig ey so dann erst mal ne scham oder auch zwei dann geht's uns da auch wieder besser ich war die infektion gerade los ne ehrlich ey ich war sie gerade los du kannst mich mal ich hab dich gerade gefüttert sei ruhig so eier haben wir leider keine aber morgen ist der tag 19 händler reset da würde ich sagen ne da gucken wir mal richtig hier dieses lernelex hier wer weiß wofür gut ist verkaufen wir verkaufen wir definitiv nicht verkaufen 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 nicht verkaufen verkaufen gut parts hier part of it so äh ja ich räume mir noch zu ende auf und ich hoffe ihr hattet eine gute folge hattet spaß und wenn ja dann lasst mir doch einen daumen nach oben da wenn euch interessiert wie die reise auf diesem kanal weiter geht dann abonniert ihn euch schaut euch auch gerne alle anderen videos an würde mich sehr freuen ich bedanke mich fürs zuschauen wünsche euch einen schönen Abend bis dahin ciao bis dahin